Ich sag dir, Nieten ist nächstes Jahr der Renner. Also nach meinem Gespür würde ich sagen, Neon ist das Thema noch nächstes Jahr. Nieten, Alter, Nieten. Meinst du? Obwohl, überleg mal, Neon-Klamotten mit Nieten, das klingt doch eigentlich voll spannend. Weißt du was? Ich gehe die Community fragen, was sie davon halten und du tust dich mal ruhig weiter mit deinen Nieten unterhalten. Na gut, da lässt er mich alleine mit dem Thema Nieten, obwohl er hat nicht mehr so Unrecht. Es wird nächstes Jahr nicht nur Nieten angesagt sein, sondern noch vieles, vieles mehr, gerade die ganzen Newcomer. Und welche das sind, findet ihr wie immer unterhalb vom Video. Und genau da ist natürlich auch wieder eure Meinung gefragt, was haltet ihr von den ganzen Newcomern, den neuesten Trends? Findet ihr zwar schade, dass manche Sachen wieder out sind, obwohl Retro ist ja auch wieder in. Also ich freue mich, oder wir freuen uns auf eure Kommentare und Diskussionen. Und wer weiß, vielleicht entstehen dadurch auch wieder neue Trends, weil Nieten und Neon, vielleicht wird es ja was. In diesem Sinne, wir freuen uns auf eure Kommentare und wünsche euch noch viel Spaß damit. Euer Fensivist. Euer Fensivist. Untertitelung des ZDF, 2020